. . . . . Guck mal, Papa. Was ist damit? Das ist auch gut. Guck mal, das nehmen wir auf jeden Fall als Deckblatt für unser Fotobuch. Okay? Hoi. Na, Fledermäuschen, Zeit fürs Bett. Franz Ux wollte euch auch noch Gute Nacht sagen. Mhm. Boah, Noah. Oh, jetzt geht's zu Bett. Bitterliches Schleimtier. Bitterliches Schleimtier.